Mit der Power von Lithium-Ionen-Technologie, bärenstark und unendlich cool. Hier ist GoFan von Livington. Die Power-Abkühlung zum Mitnehmen im Mini-Format. Einfach schnell aufladen und erkühlt sie immer und überall, wo sie es wollen und wann immer sie es brauchen. Klobige Standgeräte mit Kabel, nicht cool. Aber Livington GoFan, immer und überall, sehr, sehr cool. Ob in der Küche, im Garten oder auf dem Spaziergang, GoFan hält sie immer und überall angenehm kühl. Er passt genau in meine Tasche. Wirklich wahr. Er ist perfekt. Und das Beste, der flexible 360-Grad-Aktionsradius. Dank ausgeklügelter Smart-Spin-Technologie können Sie GoFan rauf, runter, links und rechts in jede Richtung drehen. Er ist stark wie ein Großer und kinderleicht zu bedienen. Mit stufenloser Regulierung zwischen sanfter Brise und Turbo-Kühlung. Verwenden Sie GoFan mit Standfuß oder klippen Sie ihn an, wo Sie ihn brauchen. Im Büro, am Nachttisch oder am Strand. Immer und überall. Sehen Sie nur, der normale Ventilator schafft nicht alle Kerzen. Aber GoFan ist einfach bärenstark. Mit 3400 Umdrehungen die Minute hat er mehr Power als die meisten großen Ventilatoren. Genial! Der kraftvolle Lithium-Ionen-Akku läuft bis zu 6 Stunden und speichert die Energie über 6 Monate. Schluss mit Kabelsalat und Unmengen von teuren Batterien. Livington GoFan ist Power-Kühlung im Mini-Format. Wieder aufladbar, kabellos und effektiv. Wir sehen uns schon beim Schroemmaden. Redaktion Big – 2. hearts-Kisk. Untertitelung des ZDF, 2020